Liebe Studierende, willkommen zur zehnten Videoübung des Semesters mit dem Thema Ionisationsenergie. Tatsächlich werden wir uns mit dem Thema des Boschian Atommodells auseinandersetzen und deren Folgen. Betrachtet ist ein Wasserstoffatom und man bestrahlt so ein Atom mit einer Lichtquelle, um eigentlich Anregungen im Atom zu ermöglichen. Bevor wir zur Frage A gehen, möchte ich vielleicht nochmals erinnern, wie das Energiespektrum eines Atoms aussieht. Nach dem Boschian Modell wissen wir, dass in einem Atom die elektronischen Energiezustände quantisiert sind. Das heißt, die Elektronen können nach diesem Energieschema mit dieser Achse nur folgende Energieniveau besitzen. Es handelt sich um quantisierte diskrete Energieniveau, die man nummeriert mit einem Quantenzahl n gleich 1 für den Grundzustand, dann 2 für den ersten angeregten Zustand, 3, 4 und so weit und so fort. Und man setzt den Energienullpunkt eigentlich ins Unendlich für n gleich Unendlich. Und aus dem Boschian Atommodell haben wir in der Vorlesung berechnet, dass die Energie für diese Zustände, für diese quantisierte Zustände, ist gegeben durch folgende Formel, also en ist dann gleich minus h als Planche Konstante mal die Ritzbergsche Energie und das Ganze geteilt durch n als Quantenzahl im Quadrat. Diese Darstellung der elektronische Energiezustände eines Atoms wurde eigentlich empirisch und experimentell festgestellt, aber lässt sich tatsächlich aus dem Boschian Modell berechnen. Und ich möchte vielleicht noch erinnern, im Fall des Wasserstoffatoms hat man eine positive Ladung im Kern und ein Elektron auf sogenannte Kreisbahnen um dem Kern. Und man versteht ein Atom wie ein miniaturisiertes Planetensystem. Nochmals, diese Energie ist die Energie für Zustand n in diesem Energieschema, aber das nur für Wasserstoffatome. Wenn wir beliebige Atome betrachten, dann müssen wir noch das Ganze mit der Kernladungszahl Zf im Quadrat multiplizieren. Und jetzt können wir zur Frage A gehen, weil bei der Frage A ist gefragt, die notwendige Energie, um das Wasserstoffatom vom Grundzustand, das heißt aus n gleich 1 aus, zu ionisieren. Was bedeutet ein Atom zu ionisieren? Es bedeutet, dass man liefert mit einer Lichtquelle genügend Energie in Form eines Photons. Ein Photon ist ein Paket von Energie, entspricht dem Quantum der elektromagnetischen Strahlung. Und diese Energie des Photons ist die Planck'sche Konstante mal die Frequenz der Lichtquelle. Und man möchte so viel Energie liefern, sodass ein Elektron im Grundzustand wird herausgejagt und herausgeschlagen aus dem Atom. So eine Ionisierung eines Atoms entspricht dann einer Anregung zwischen dem Zustand E1 als Grundzustand und dem Zustand mit n gleich unendlich. Weil tatsächlich, wenn n gleich unendlich ist, haben wir praktisch eine Energie Null. Wie gesagt vorher, man setzt den Energie Nullpunkt ins Unendlich. Das bedeutet, dass das Elektron quasi von Atom befreit wurde. Und die Energiedifferenz zwischen Grundzustand und n gleich unendlich ist tatsächlich die notwendige Energie des Photons, um eine Ionisation zu ermöglichen. Und in diesem Fall können wir so vorschreiben für das Wasserstoffatom, dass das ist gleich H mal die Ritbeltsche Energie R. Für die Frage B startet man von einer Situation, wo das Elektron schon im zweiten Zustand vorübergehend angeregt wurde. Und man fragt, wie groß muss dann die Energie des Photons, um eine zusätzliche Anregung zu ermöglichen, vom zweiten im dritten Zustand in diesem Energieschirm. Nochmals nach dem zweiten Postulat des Bosch Modell, die Anregung Energie, also die notwendige Energie des Photons, um diese Anregung zu ermöglichen, zwischen Zustand 2 und 3, ist dann gegeben durch den Unterschied zwischen E3 und E2. Und wenn man dann diese Formel benutzt, immer noch im Fall des Wasserstoffatoms, also Z. Im Fall des Wasserstoffatoms wissen wir, dass Z effektiv die Kernladungszahl für Wasserstoffatom ist tatsächlich gleich 1, dann können wir sofort diese Energie des Photons berechnen. Die numerische Auswertung überlasse ich Ihnen. Aber was eigentlich verlangt oder gefragt ist, ist die Wellenlänge des Lasers. Aber wenn wir die Frequenz des Photons kennen, die notwendig ist eben für diese Anregung zwischen 2 und 3, dann kennen wir auch die entsprechende Wellenlänge für diese Anregung. Das ist dann gleich dem Verhältnis zwischen Lichtgeschwindigkeit und die Frequenz der Lichtquelle, also des Photons. Jetzt können wir die Frage C auch behandeln. Hier aber betrachtet man ein Heliumatom anstatt ein Wasserstoffatom, also bei einem Heliumatom haben wir im Kern eine zusätzliche positive Ladung und dann, weil die Materie neutral ist, haben wir dann ein weiteres Elektron in der Elektronenhülle um den Kern. Jetzt hier die Situation ist folgendes, das Heliumatom wurde schon bereits einmal ionisiert, d.h. ein Elektron wurde schon herausgeschlagen und dann, was man fragt, ist die notwendige Energie des Photons, um das Heliumatom vollständig zu ionisieren, d.h. um das übrige zurückgebliebene Elektron herauszuschlagen. Und hier können wir genau wie bei der Frage A Folgendes schreiben. Die Energie des Photons ist dann gegeben durch den Unterschied zwischen Energie des Grundzustandes und die Energie, wenn die Ionisation erfolgt, und zwar bei n gleich unendlich. Und das ist dann gleich die Planche Konstante h mal die Ritschbergsche Energie. Aber da wir jetzt hier mit dem Heliumatom zu tun haben, bei dem Heliumatom die Kernladungszahl effektiv für Helium ist eben gleich 2. D.h. müssen wir hier noch mal 2 im Quadrat mal 4 multiplizieren. Und das ist dann die Ionisationsenergie, um ein Heliumatom vollständig zu ionisieren, sodass was zurückbleibt, ist einfach ein Kern mit zwei positiven Ladungen. So mit dieser Übungen haben wir eigentlich die Ergebnisse des Bohrschen Atommodells angewendet. Nach Bohr lässt sich ein Atom wie ein miniaturisiertes Planetensystem behandeln. Und aus dieser Behandlung folgt, dass die Energiezustände eines Atoms sind quantisiert, die tatsächlich wie mit dem Quantenzahl n der Reihe nach nummerieren können. Und die Energie für solche Zustände lässt sich dann so schreiben, minus Planck'sche Konstante mal Ritbergsche Energie geteilt durch n im Quadrat, wobei n ist eben diese Nummerierung, entspricht der Nummerierung solche Reihenfolge von Energiezuständen. Für allgemeine Atome muss man das Ganze noch mit der Kernladungszahl z effektiv in Quadrat multiplizieren. Und die notwendigen Energien für jegliche Art von Anregung, also die Energien des Photons, muss dann der Differenz zwischen jeweiligen Zuständen entsprechen. So zum Beispiel bei der Frage B wollten wir die Anregungsenergie für eine Anregung zwischen Zustand 2 und 3. Und in der Frage A und C wollten wir eigentlich die Ionisationsenergie berechnen, das heißt die notwendige Energie, um Elektronen aus dem Grundzustand für Wasserstoffatome oder für Helium herauszuschlagen. Wenn Sie Fragen hätten, stehe ich Ihnen sehr gerne zur Verfügung während der Vorlesung und ich freue mich auf die nächste Übung. Auf Wiedersehen. Gut. 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 Gut.